Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Christian und Sascha ist hier an Bord und... Es ist eigentlich Christian und Sascha, aber... Was hab ich gesagt? Du hast auf dich gezeigt und hast gesagt Christian, hast auf mich gezeigt und hast Sascha gesagt. Ja, das weiß doch hier, wer du bist mittlerweile. Ich bin nicht der Sascha. Ja, aber das weiß doch, dass ich nicht Christian bin. Und ich bin nicht Sascha. Ja, das weiß doch mittlerweile jeder. Ja, gut. Heute ist der 27. September. Ja. Und heute am 27. September haben wir natürlich wieder ein berühmtes Geburtstagsfilm. Gwyneth Paltrow. Der Hungerhaken. Der Hungerhaken, genau. Die etwas schmächtige Schauspielerin. Ja. Bekannt geworden mit Filmen wie Sieben, Shakespeare in Love, der talentierte Mr. Ripley und so weiter und so weiter. Bei Sieben passiert mit ihr was? Zum Schluss ist die Rübe ab. Ja. Aber man sieht's nicht. Oh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Sorry. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Der Spoiler des Tages. Ja, Gwyneth Paltrow hat Geburtstag. Happy Birthday, Gwyneth. Am 27. September 1990 schließen sich Ost und Westdeutschland, also die sozialistischen Parteien, äh, sozialistischen Parteien, sozialistischen Parteien. Guck mal rein, Gwyneth Paltrow hat Geburtstag. Gwyneth Paltrow hat Geburtstag. Genau. Fakt des Tages. Fakt des Tages. Fakt des Tages. Vor etwa 100 Jahren enthielt Coca-Cola Spuren von Kokain. Klar. Klar. Ja. Deswegen heißen sie auch so. Coca-Cola, Kokain. Legt auf der Hand. Legt ihr auf der Hand oder auf der Zunge. Ja. Ja, das war der 27. September, Sascha. War ganz schön durcheinander. Ja, aber es ist ja immer so, wenn du da bist, ist irgendwie komisch, irgendwie in der Wurm drin, habe ich den Eindruck. Also es liegt ja nicht an mir. Weil an anderen Tagen ist ja der Wurm nicht so gut. Ich kann ja nichts dafür, dass du die sozialistischen Parteien meinst und nicht sagst. Ja, genau. Wir sehen uns morgen wieder am 28. September. Da geht es ein bisschen gesittet dazu. Aber der Christian, der kommt wieder. Bald. Cheerio. Tschüss.